Hallo zu diesem Video. Falls du mit Power BI bereits vertraut bist, lässt sich mit Themes noch mehr rausholen. Das sind quasi Styling Vorlagen für deine Berichte und Dashboards. Damit kannst du alles von Farben, Überschriften bis hin zur Formatierung anpassen. Das heißt, deine Daten sehen nicht nur besser aus, sondern du kannst auch deinen eigenen Look für deine Berichte erstellen. Wir schauen uns gemeinsam an, wie du diese Power BI Themes nutzen kannst, um dein Report Design aufzuweppen. Dazu habe ich uns ein Beispiel vorbereitet und zwar hier diesen Beispielbericht. Dieser besteht aus drei verschiedenen Visualisierungen, unterschiedlichen Farben und Schrifttypen. Nun ist es so, dass du in Power BI im Menü unter Anzeige einen Bereich für Designs vorfindest. Hier kannst du beispielsweise unterschiedliche Themes bereits für deinen Bericht standardmäßig durchspielen bzw. durchtesten. Du kannst diese aufklappen und wie man sieht, gibt es hier einige an vordefinierten Themes. Diese kannst du jederzeit anwenden. Wenn du aber nun gezielt für dein Design Anpassungen vornehmen möchtest, so musst du unter Anzeige eine Überprüfung machen, welches Design der aktuelle Bericht anwendet. Und zwar hier, dieser Bericht verwendet dieses Design. Und du kannst hier im Menüpunkt aktuelles Design anpassen, etliche Konfigurationen zu diesem Design vornehmen. Die Anpassungen sind gegliedert nach Namen und Farben, Text, visuelle Elemente, die Seite und auch der Filterbereich. Das bedeutet, du kannst beispielsweise hier schon die Farben entsprechend nach deinen Wünschen anpassen und diese auch sofort im aktuellen Bericht mit einem Klick übernehmen, testen, ob diese dann nun entsprechend eine bessere Darstellung bieten. Du kannst auch, wie eingangs erwähnt, nicht nur die Farben, sondern auch Texte, wie zum Beispiel der Titel, in unterschiedlichen Größen und Farben anpassen. Auch unterschiedliche Schriftfamilien und diese werden dann entsprechend auch wiederum gleich in dem Bericht dargestellt. Sollte das nicht ausreichen, so bietet Power BI noch die Möglichkeit, nach entsprechenden, existierenden Themes bzw. Designs zu stöbern. Dazu kannst du einfach auf Design Katalog klicken und in die Webseite von Microsoft, wo es eine Themes Gallery gibt und dort findest du etliche vordefinierte Designs, die du auch anwenden bzw. herunterladen kannst. Sehen wir uns dazu beispielsweise dieses Design an. Dieses Design wird auch hier an einem Beispielbericht vorgestellt, um einen Eindruck zu erhalten, ob das ein Design ist, das du verwenden möchtest. Falls ja, gibt es hier noch eine Anleitung, wo und wie du dieses Design anwenden bzw. herunterladen kannst und damit kannst du natürlich viele Berichte in kurzer Zeit an ein bestimmtes Design anpassen. Einen letzten Punkt, den ich noch vorstellen möchte hinsichtlich Designs. Du kannst auch das aktuelle Design speichern und zwar hier, dazu muss ich die muss ich Power BI etwas nach oben verschieben, gibt es hier den Rubrikpunkt Aktuelles Design speichern und damit speicherst du das aktuelle Design in ein JSON-Format, welches du dir in einem einfachen Editor wieder ansehen kannst. Wie hier zu sehen, werden die entsprechenden Konfigurationen in diesem JSON-Format gespeichert. Du kannst diese dann jederzeit wiederum mit Design suchen in den aktuellen Bericht importieren. Das war im Schnellverfahren die Anwendung von Themes und Designs. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar und bitte nicht vergessen diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank!